UNTERTITELUNG Sie kommen, weil Sie wissen, ich liefere Ihnen eine viel bessere Geschichte als das, was Sie täglich erleben dürfen. Du solltest mehr Zeit mit Thomas verbringen. Ich hätte das Skript noch nicht fertig. Wer soll gewinnen? Wir. Es geht nicht ums Gewinnen oder Verlieren. Macht er Sie dich lieben oder macht er Sie dich liebend gern hassen? In der Show sind immer ein Haufen Kids, ey. Was ist los? Hast du Schiss? Ich halte mich nicht ans Skript. Niemand kann heutzutage noch vom Wrestling leben. Wir können das. Ich kann es. Heroes. Die Unkleid ist für Wrestler, nicht für Valets. Ich bin nicht nur eine Valet. Ich kann wrestlen. Die wollen ihn aufs höchste Level liefern. Das Naturtalent, er hat zum Blut. Wirst du mich mitnehmen? Wenn ich erstmal berühmt bin, kann ich zurückkommen. Du kommst nie wieder zurück. Mach ihm klar, dass du jetzt das sagen hast. Lieber Esau und Jakob, denn der Herr sagte zu ihnen, zwei Stämme trennen sich bereits in deinem Schoß und der Ältere muss dem Jüngeren dienen. Jakob hatte die Eier mit Gott zu wrestle. Wie sieht's mit dir aus? Für mich ist Wut hilfreicher als Trauer. Heroes. Du schleppst meinen Gürtel mit dir rum. Du willst den Gürtel? Dann komm und hol ihn dir! Dad hat dauernd gesagt. Reis dich zusammen, Ace. Reis dich zusammen. Das versuche ich. Ihr seid ein paar Flende-Pussys wie euer Vater. Kannst du? Merkant? Gehen wir. Für eins. ... Untertitelung des ZDF, 2020